Beim nächsten Seed haben wir hier diesen riesigen Krater, teilweise haben wir sogar eine Dripstone-Höhle drin und unten natürlich, wie man sehen kann, einen richtig großen See und der sieht halt auch richtig cool aus. Man könnte hier komplett einmal drumrum seine Stadt bauen und das wird super cool aussehen. Hier haben wir noch einen kleinen Wasserfall mit einem weiteren kleinen See, genauso wie hier vorne und es geht halt auch echt ziemlich weit nach oben. Das heißt, man ist hier auf jeden Fall geschützt und von außen wird halt auch keiner was erwarten. Also du bist hier schon 150 Blöcke hoch, das ist halt schon ziemlich nice und außerhalb hat man auch nochmal viel mehr Platz, weil nicht nur geht hier dieser Fluss durch, man hat außerdem noch ein Portal-Überreste-Ding und erst da hinten geht es wieder einigermaßen nach oben. Ansonsten ist hier alles voller Plains, hier kann man natürlich auch wunderbar bauen. Und wenn wir den Krater auf der anderen Seite nochmal verlassen, finden wir sowohl direkt ein Pillager-Outpost, links daneben ein weiteres Portal-Überreste-Ding und auf der anderen Seite nicht nur ein Eisscharts-Dium-Dings, sondern auch noch ein recht großes Dorf. Leider wieder keine Schmiede, man kennt ihn, aber auch das ist ziemlich praktisch, weil sehr weit ist es nicht, wenn man traden will, optimal.